So Leute, ihr meintet, dieses Video ist geil, deswegen gucken wir das jetzt mal. Ich bin sehr gespannt, denn dieses Haus will keiner kaufen. Der Grund ist schockierend. Leute, das Video ist schon wissenswert, schaut gerne mal vorbei. Lasst ein Like und ein Abo da. Und jetzt bin ich gespannt, ob ich gleich schockiert bin. Wenn ihr denkt, man muss ein reicher, prominenter oder Unternehmer sein, um sich eine gigantische Luxusvilla zu kaufen, dann kennt ihr diese Häuser noch nicht. Es gibt auf der Welt nämlich zahlreiche Superimmobilien, die extrem günstig und teilweise für gerade mal einen Euro gekauft werden. In diesem Video stellen wir euch genau solche unfassbaren Immobilien vor und verraten euch die überraschenden Gründe, warum ihr in manchen Teilen der Welt ganze Häuser teilweise für fast umsonst bekommt. Es erwarten euch unter anderem ganze Schlösser, pompöse Stadthäuser, aber auch Wohnsitze von Promis, die vermutlich für immer leer stehen werden. Es wird also extrem kurios, deshalb bleibt unbedingt dran hier bei Wissenswert. Ach und schreibt uns nach dem Video doch mal in die Kommentare, welches dieser Häuser ihr selber kaufen würdet. Wir beginnen direkt mit einem der zahlreichen Häuser von einer der berühmtesten Personen der Welt. Und zwar niemand geringerem als Donald Trump. Will ich das wirklich kaufen? Trump war nicht nur US-Präsident, sondern auch Immobilieninvestor und besitzt diverse Luxus-Apartments und Megavillen rund um den Globus. Besonders spektakulär ist dabei eine Riesenvilla in der Karibik. Dieses exklusive Objekt verfügt nicht nur über einen gigantischen... Das ist ein Pool, das ist schon sehr krass. ... ein Swimmingpool und liegt direkt am Meer, sondern ist auch mit malerischen Palmen bepflanzt und hat unzählige Räume. Allerdings möchte Trump diese Villa seit einiger Zeit verkaufen. Und zwar zu einem für solche Objekte regelrechten Spottpreis. Ursprünglich war die Villa mit einem Preisschild von 28 Millionen Dollar ausgestattet. Mittlerweile ist der Preis jedoch auf unter 17 Millionen gesunken. Ey, ist ja gar kein Geld. Also, kaufe ich. 17 Millionen. Ja gut, wenn ich eine Milliarde hätte oder ein paar Milliarden, dann würde ich mir sowas kaufen. Obwohl, dann würde ich das nicht von ihm kaufen. Zeigt weiterhin kein Käufer auch nur irgendein Interesse. Die Gründe dafür sind vielfältig. Zum einen liegt die Villa mitten in einem gefährlichen Hurricane-Gebiet. Zum anderen ist der Ex-Präsident größtenteils selber schuld, dass niemand dieses Haus kaufen will. Aufgrund seiner umstrittenen Politik wollen viele Interessenten nämlich nicht mit Trump in Verbindung gebracht werden, da sie ihn somit nicht auch noch privat unterstützen wollen. Die Villa in der Karibik wird dementsprechend einem Experten zur Folge vermutlich in den nächsten Jahren nicht mal mehr 5 Millionen Dollar wert sein. Und damit wäre sie quasi wirklich geschenkt. Weiter geht's mit einem riesigen Objekt in Italien, das man unglaublich aber wahr ganz umsonst erwerben kann. Falls ihr nämlich schon mal davon geträumt haben solltet, eine eigene Burg zu besitzen, dann solltet ihr euch diese hier einmal ganz genau ansehen. Diese Burg mit dem Namen Castello di Brera steht nämlich ganz... Aber eine Frage, warum haben die keine Fenster, sondern so Stoffdinger? ...in der Nähe von Rom und ist momentan im Besitz der italienischen Regierung. Diese möchte die Burg allerdings möglichst schnell loswerden und zwar ganz umsonst. Seit Jahren wirkt die Regierung um einen Käufer, der die gigantische Festung umsonst übernehmen soll, um daraus einen Tourismus-Hotspot mit Hotel zu machen. Die ganze Sache hat jedoch einen gewaltigen Haken. Und zwar würden die Umbaukosten dieser verlassenen Ruine in die Millionen gehen. Ja, aber es gibt es ja umsonst. Hört, 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 hört! Schlossherr Paluten! Und dann winke ich so. Hallo, Leute! Privater Investor und der Staat, also von möglichen Tourismus-Einnahmen profitieren würde, müsste man zunächst eine Sanierung auf sich nehmen, bei der unklar ist, ob sie jemals bezahlt werden kann. Sollte sich dennoch bald ein Käufer finden, würde er theoretisch vom italienischen Staat eine mittelalterliche Burg einfach so geschenkt bekommen. Als nächstes kommen wir zu einer weiteren Villa, die sich einfach nicht verkaufen lässt. Oh, die ist bestimmt verflucht. Und das, obwohl eigentlich alles für dieses Objekt spricht. Stranger Things. Villa in den USA steht nämlich auf einem über zwei Quadratkilometer großen Grundstück und verfügt über zahllose Schlaf- und Badezimmer und baten sogar eine gigantische Eingangshalle mit mittelalterlichen Exponaten. Allerdings steht dieses Haus seit Jahren leer. Und der aktuelle Kaufpreis liegt bei knapp über 400.000 Dollar. Was für diese Gegend so gut wie geschenkt ist, da der Durchschnittspreis deutlich über einer Million Euro liegt. Der Grund für das riesige Desinteresse ist allerdings total absurd. Und zwar sollen manche Bauarbeiter gesagt haben, dass sie in dieser Villa Geister gesehen haben. Und zwar halten viele diese Behauptung für Unsinn, sie scheinen jedoch trotzdem einen bleibenden Eindruck hinterlassen zu haben. Denn trotz allem Spott wurde das Haus mit fünf Kaminöfen und einer riesigen Bibliothek immer noch nicht verkauft. Weiter geht's mit einem higerischen Einfamilienhaus in Nudel. New Jersey, dieses Haus. Verwandte von mir haben in New Jersey gelebt. Die Story erzähle ich gefühlt auch jedes Mal. Und mein Opa ist damals rübergeflogen von Hamburg nach New Jersey und hat dort das Haus gebaut. Damals war das noch ein, also sehr, sehr krass, weil das das einzige Steinhaus, also Ziegelhaus war, in keine Ahnung was für einem Radius, weil die bauen ja meistens aus Holz. Und mein Opa hat da noch alles gemauert. Das Haus ist zwar an sich nicht besonders spektakulär, jedoch erfüllt es eigentlich alle Anforderungen, die eine junge Familie an einem Haus haben kann. Es hat mehrere Wohnräume, einen schönen Garten und ist darüber hinaus wahnsinnig günstig. Um genau zu sein, kostet es momentan gerade einmal 10 Dollar. Allerdings lässt sich dieses Haus seit Jahren einfach nicht verkaufen, weshalb die Kommune, der das Grundstück gehört, mittlerweile eine Belohnung von 10.000 Dollar anbietet, wenn jemand dieses Haus kauft. Und zwar klingt es auf den ersten Blick sehr verlockend, ein ganzes Haus und 10.000 Dollar geschenkt zu bekommen, aber natürlich gibt es auch hier einen gigantischen Haken. Seit Jahren möchte die Kommune das Grundstück nämlich eigentlich für andere Projekte nutzen. Da das Haus unter Denkmalschutz steht, können sie es jedoch auch nicht ohne weiteres abreißen. Aus diesem Grund wird ein Käufer gesucht, der es auf irgendeine Weise... Boah, muss ich aber sagen, wäre ja schon ein ziemlicher Traum. Also das Grundstück sieht ja so geil aus. Du hast so eine richtig krank lange Auffahrt und dann hier fährst du so vor. Das Einzige, was mir fehlt, ist so eine Garage, aber es ist schon geil. ...schafft das komplette Haus in einem Stück... Was? ...von dem Grundstück zu transportieren, ohne dass es dabei kaputt geht. Da dies quasi ein Ding der Unmöglichkeit ist... Hier wird gebohrt. Jetzt hat es aufgehört. Und für viele, sich der Aufwand nicht lohnen würde, wird dieses Haus vermutlich auch noch eine ganze Weile lang leer in der Gegend rumstehen. Für die Nummer 5 bleiben wir in New Jersey und kommen zu einem ähnlich attraktiven Haus, in das aus einem extrem verrückten Grund auch geschenkt niemand einziehen möchte. Und zwar lebten schon in der Vergangenheit einige Familien in dieser Stadtvilla mit großer Eingangshalle in fantastischer Lage. Allerdings ist bisher jeder Bewohner nach kurzer Zeit wieder ausgezogen. Der Grund dafür ist extrem unheimlich. In der Vergangenheit erhielt nämlich jeder neue Besucher anonyme Drohbriefe, die nicht nur dazu aufforderten, schnellstmöglich wieder zu verschwinden, sondern in denen auch behauptet wurde, dass niemand in diesem Haus wohnen dürfe, da dort der Geist einiger Ahnen Einzug gehalten hätte, deren Ruhe man nicht stören sollte. Das ist schon ein bisschen gruselig. Wem diese seltsamen Vorkommnisse jedoch nichts ausmachen, der findet hier eine hochqualitative Stadtvilla zu einem absoluten Schleckenpreis. Würde ich niemals, nicht mal ansatzweise, wenn ich da so kranke Briefe bekomme. Zu einem weiteren Promi-Haus, das seit Jahren massiv im Wert sinkt und das partout keiner kaufen will. Die Rede ist von einer Alter, was ist das für ein Riesen... Das ist... Alter... Villa, die jahrelang von 50 Cent bewohnt wurde. 50 Cent, der mittlerweile nicht nur als Rapper, sondern auch als Buchautor und TV-Produzent erfolgreich ist, ist dafür bekannt, öfters mal mit seinem Luxus zu prahlen. Vor einigen Jahren sah dies jedoch noch ganz anders aus und 50 Cent musste sich einem Verfahren wegen Privatinsolvenz stellen. Im Zuge dessen wurde er auch dazu aufgefordert, seine gigantische Luxusvilla in Connecticut zu verkaufen. Diese Villa hat nicht nur Dutzende Räume, ein Hallenbad und einen privaten See im Garten. Sie verfügt außerdem über ein eigenes Casino, eine Disco, ein Tonstudio und einen Basketballplatz. Allerdings hat es 50 Cent bis heute nicht geschafft, diese Ausnahmewilla wieder zu verkaufen. Ja, das Ding ist, wenn ich so viel Kohle hätte, dann würde ich ja auch, also, was würde das Haus kosten? 20 Millionen? Wenn ich 20 Millionen hätte, dann würde, wahrscheinlich kostet die noch mehr, dann würde ich halt selber bauen. Weil dann kann ich ja das so bauen, wie ich das möchte und nicht so wie 50 Cent es möchte. Was würde ich mit dem Tonstudio? Dies liegt in diesem Fall nicht daran, dass es spukt oder er in einer unsicheren Gegend lebt. In Wahrheit möchte niemand dieses Haus kaufen, da es fernab jeglicher Zivilisation gebaut wurde. Da die meisten Reichen nämlich gerne in Gegenden mit anderen wohlhabenden Menschen leben, ist es extrem unattraktiv, mitten im Nirgendwo zu leben. Zwar ist der Wert des Hauses von über 18 Millionen auf bloße 5 Millionen Dollar gefallen, viele gehen jedoch davon aus, dass diese Supervilla immer noch sehr lange unbewohnt bleiben wird. Als nächstes geht's nach England in eine Gegend, in der man tatsächlich Häuser für gerade einmal einen Euro kaufen kann. Die Rede ist von der Gegend Cobridge, mitten in Großbritannien. Cobridge war ursprünglich eine Gegend, in der während der Industrialisierung tausende Menschen lebten und arbeiteten. Als nach dem Krieg jedoch mehr und mehr Fabriken stillgelegt wurden, zog es die Menschen in andere Städte. und Cobridge wurde allmählich zur Geisterstadt. Vor einigen Jahren versuchte die britische Regierung deshalb, der Gegend neues Leben einzuhauchen. Aus diesem Grund baute sie zahlreiche unfertige Häuser, von denen sie sich erhoffte, dass so möglichst viele Menschen nach Cobridge zurückkehren werden. Damit lagen sie allerdings komplett falsch, denn bis heute wurde kein einziges dieser Häuser gekauft. Mittlerweile hat die Regierung den Kaufpreis pro Haus daher auf einen Euro gesenkt, in der Hoffnung, dass so wenigstens ein paar Objekte verkauft werden. In Kürze stehen in jedem Haus nämlich Renovierungskosten in Höhe von 35.000 Euro an, die die Regierung selber nicht tragen will. Wenn sie ein Haus für einen Euro verkauft, kommt sie also immer noch besser davon, als wenn sie es behalten müsste. Auf der Nummer 2 kommen wir nun zu einer gigantischen Villa, die für viele die Anforderungen eines absoluten Traumhauses erfüllt. Dieses Riesenhaus namens Granot Loma liegt in Michigan, direkt am Oberer See. Es ist tatsächlich sehr lustig, weil meine Verwandten sind damals von New Jersey zum Lake Michigan gezogen. Also dem zweitgrößten See der Welt. Es hat unter anderem 23 Schlafzimmer, Whirlpools auf dem Balkon, separate Apartments und sogar einen eigenen Schiffsanlegeplatz. Ist das nicht das Haus von Departed 2? Oder war es Teil 3? Vor einigen Jahren wurde dieses exklusive Objekt für 40 Millionen Dollar zum Verkauf angeboten. Allerdings musste dieser Preis mittlerweile auf wenige Dollar gesenkt werden, da niemand auch nur im Ansatz Interesse zeigte. Die Gründe dafür sind vollkommen unterschiedlich. Zum einen ist vielen die Einrichtung viel zu unmodern. Es würde Millionen kosten, die Dutzenden Räume von ihren mittelalterlichen Artefakten zu befreien und dort moderne Technik einzubauen. Darüber hinaus liegt Granot Loma extrem weit außerhalb. Es dauert unglaubliche dreieinhalb Autostunden, um vom Haus in den nächsten halbwegs großen Ort zu fahren. Und zwar ist diese Villa als eine der größten der USA zweifelsohne schön anzusehen, die allermeisten würden sie aber wortwörtlich nicht mal geschenkt nehmen. Last but not least kommen wir zum Abschluss dieses Videos noch zu einer Frau, die tatsächlich den Mut hatte, eines der Häuser zu kaufen, die aufgrund verschiedenster Mängel extrem billig sind. Die Amerikanerin Betsy Sweeney kaufte nämlich 2020 ein riesiges Haus, das für gerade mal 18.000 Dollar angeboten wurde, extrem heruntergekommen war. Vor einiger Zeit wurde sie jedoch von der YouTuberin Monica Church besucht, wie es sich in einem so billigen Haus lebt. Betsy Sweeney zeigte ihr dann ihr ganzes Haus, das sie aktuell für circa 160.000 Dollar renoviert. Laut ihr war es zwar ein extremes Risiko, ein so billiges Haus zu kaufen, da die ganze Sache natürlich einen großen Haken hatte, mittlerweile bezeichnet sie ihre Investitionen jedoch als beste Entscheidung ihres Lebens. Bald wird sie nämlich in einem fast 400 Quadratmeter großen Stadthaus im viktorianischen Stil leben, das nicht nur eine fantastische Lage hat, sondern auch alles andere, was man sich sonst für ein gemütliches Zuhause wünscht. Und das war's nur noch schon mit uns. Jo, wunderbar, geile Sache. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.